Gerade haben wir neue Nachrichten über einen Polizeieinsatz bei einer AfD-Veranstaltung erhalten. Die Situation spitzt sich zu, und ehrlich gesagt werden die Dinge ziemlich kompliziert. Die Wahrheit ist, dass die Mainstream-Medien die Information verschwiegen haben, dass sie nicht länger befugt sind, über ein geheimes Treffen in Potsdam zu sprechen. Früher gab es Gerüchte, dass deutsche Staatsbürger auf irgendeine Weise ausreisen müssten, doch jetzt ist alles klarer. Was wir wissen ist, dass die AfD ein neues Geheimtreffen abgehalten hat und wir versuchen, mehr Details darüber herauszufinden, was dort passiert ist. Was genau geschah dort und warum agierte die Polizei mit so vielen Beamten so diskret? Ich frage mich, ob wir nicht wichtigere Probleme zu lösen haben als die Sorge um eine verbotene Flagge. Wenn zum Beispiel jemand so heftig die Deutschlandfahne schwenkt oder sich einige Leute zu einer AfD-Sitzung versammeln, ist das dann wirklich so ernst? Es wird immer seltsamer. Deshalb werden wir hier alle Details teilen. Ehrlich gesagt ist es verständlich, dass die AfD das alles verwirrt. Ich frage mich immer, wie Alice Weidel und Tino Kropala auf diese Skandale reagieren, die eigentlich gar nicht wie echte Skandale erscheinen. Wir haben kürzlich darüber berichtet, dass Alice Weidel beschuldigt wurde, die Grenzen zwischen Polen und Deutschland aufgrund eines Problems mit ihrem Namen nicht akzeptiert zu haben. Aber ist das wirklich ein so großes Problem? Es scheint, als würden wir über eine Stadt in Polen oder vielleicht ein Dorf in Deutschland sprechen. So oder so ist es schwer zu verstehen, wo das eigentliche Problem liegt. Es scheint nicht viel Inhalt zu besprechen. Daher scheint ein Skandal den Raum zu füllen. Kommen wir nun zu den Details. Es wurde erwähnt, dass es ein geheimes AfD-Treffen gab. Und das Wort geheim wird in Anführungszeichen gesetzt, was irgendwie merkwürdig ist. In Nova Münster kam es zu Protesten und die Polizei war präsent. Bevor wir uns mit diesem Aufstieg befassen, ist es interessant festzustellen, dass Tagesau in einem gestrigen Video offenbar einige im Umlauf befindliche Fehlinformationen korrigiert hat. Die Verbreitung der Ausführungen zum gerichtlichen Handlungsverbot für deutsche Staatsbürger ist geklärt. Wenn Sie weitere Einzelheiten erfahren möchten, ist es eine gute Idee, sich das gestrige Video anzusehen. Und wieder ist von einem geheimen AfD-Treffen die Rede. Erstens kann ich aus Insider-Quellen sagen, dass diese Geschichte kein Geheimnis war. Auf der anderen Seite war es nur ein gewöhnliches Treffen. Ich fand das irgendwie lustig, denn plötzlich gab es eine Protestbewegung. Es ist immer merkwürdig, wenn das passiert, besonders wenn man Veranstaltungen wie den Christopher Street D sieht, die ganz andere und wichtige Themen abdecken, wie zum Beispiel Vielfalt und Unterstützung für die Bundesregierung. Es scheint, dass jemand beschlossen hat, diese Proteste zu nutzen, um zu sagen, dass man gegen die AfD ist, wenn man die Bundesregierung und die Vielfalt nicht unterstützt. Daraus entwickelte sich letztlich eine Art Kampagne gegen die Rechte. Ehrlich gesagt macht mich das sprachlos. Es ist seltsam, wenn sogar Regierungsvertreter oder Politiker auf die Straße gehen, um gegen eine bestimmte Partei zu protestieren. Ich verstehe den Sinn dahinter nicht ganz. Wo wir gerade beim Thema sind, warum gehen die Menschen jetzt auf die Straße? Ich habe das Gefühl, dass in Deutschland noch viel passiert, was angegangen werden muss, damit die Menschen friedlich auf die Straße gehen und für ihre Rechte kämpfen können. Darüber müssen wir immer diskutieren. Es scheint, dass Politiker die sogenannte Salamitechnik anwenden, die immer gleich funktioniert. In unserer WhatsApp-Gruppe finden Sie zensierte Videos. Sie finden sie im Informationsfeld dieses Videos. Es ist wichtig, klar und fair zu sein, da wir immer weniger Interessenvertretung sehen und diese Salamitechnik immer wieder angewendet wird. Die Menschen fragen sich, wann sich die Dinge beruhigen und wann sie zufrieden sein werden. Ach ja, und jetzt gehen sie wieder gerichtlich dagegen vor. Und plötzlich taucht ein Wistleblor auf und versucht, alles zum Schweigen zu bringen. Hinterlassen Sie Ihre Meinung gerne in den Kommentaren, denn einige Leute sagen bereits, dass etwas nicht stimmt. Ich bin auch gespannt, was ihr darüber denkt. Es scheint, dass nicht alle Protokolle wie erwartet befolgt wurden. Und das ist sehr merkwürdig. Jetzt wird dieses geheime Treffen eingehend untersucht. Und was sie herausfanden, ist unglaublich. Zur Aufrechterhaltung der Ordnung kam es zu einem großen Polizeieinsatz, an dem zahlreiche Demonstranten und Gegendemonstranten teilnahmen. Es ist irgendwie lustig, darüber nachzudenken, nicht wahr? Wenn Städte diese Dinge tatsächlich instrumentieren oder planen können, ist das etwas, worüber man nachdenken sollte. Bei diesen Demonstrationen handelt es sich häufig nicht nur um Bürger, die sich für eine Sache einsetzen, sondern auch um Personen, die mit Organisationen wie den sogenannten Anti-Fans verbunden sind. Ich möchte kein allgemeines Urteil fällen. Aber es ist etwas, das man bedenken sollte. Das ist, was ich denke. Das Merkwürdige ist, dass zu der Veranstaltung rund 100 Personen erwartet wurden und das Innenministerium, vertreten durch die für ihre Einschränkungen bekannte Nanny Faser, bereits erwähnt hatte, dass es mit der Anwesenheit rechtsextremer Personen rechnete. Sie prognostizierten bis zu 200 Teilnehmer. Aber was ich lustig fand, war, dass am Ende weniger AfD-Unterstützer kamen und mehr Leute, die gegen sie waren. Es scheint, als ob die Situation etwas ungeschickt war. Der Ansatz war sehr klar. Kleidung und Gästen der Menschen dienten dazu, ihre Haltung zu demonstrieren. Sie zeigten zwei Personen und fragten, ob sie einen verbotenen Gruß oder ähnliches machten. Aber ehrlich gesagt habe ich nicht verstanden, was mit der Kleidung nicht stimmte. Kann mir jemand in den Kommentaren erklären, wie ein Anzug oder ein weißes oder schwarzes T-Shirt auf eine bestimmte Einstellung hinweisen kann? Das hat mich auch verwirrt. Es ist sehr interessant, dass NRD- und NDR-Drehanfragen abgelehnt wurden. Es scheint, dass die AfD diese Art der Berichterstattung nicht wollte. Und das kann man ihnen nicht verübeln. Denn wie oft sieht man im Fernsehen eine negative Darstellung der AfD? Die Mainstream-Medien verstehen die Dinge oft falsch und man kann nicht sagen, dass sie unparteiisch filmen. Sie scheinen immer auf der Suche nach einem Politiker oder AfD-Anhänger zu sein, den niemand kennt. Und am Ende kommt es in die Schlagzeilen. Wir haben es kürzlich erneut gemacht und hier auf dem Kanal in einem Flash-Bericht darüber berichtet. Wenn jemand bei der AfD etwas sagt, das als rechts interpretiert werden könnte, macht das eine große Schlagzeile. Es scheint, dass der Fokus darauf liegt, die umstrittenste Seite der AfD zu zeigen. Ehrlich gesagt bin ich gespannt, wie sich das entwickelt. Wenn die AfD weiter wächst, könnte dies zu einem großen Problem werden. Es ist möglich, dass einige Leute Broschüren oder Materialien von der AfD-Partei nehmen und sich dann entgegen den Erwartungen der Anhänger verhalten. Ich möchte keine unbegründeten Vorwürfe machen, aber man kann sich durchaus vorstellen, dass manche Menschen versuchen, Verwirrung zu stiften oder peinliche Situationen zu schaffen. Die Mainstream-Medien suchen oft nach neuen Skandalen, um Schlagzeilen zu machen. Und dazu können übertriebene Interpretationen oder Anschuldigungen gehören. Ein aktuelles Beispiel ist der angebliche Skandal um Alice Weidel, bei dem ihr eine kontroverse Haltung zu den polnischen Grenzen vorgeworfen wurde. Diese Geschichte scheint jedoch völlig unbegründet und unverhältnismäßig zu sein. Ziel ist es, ein negatives Narrativ rund um die Partei und ihre Mitglieder zu schaffen. Die Medien stellen die AfD oft so dar, dass sie den umstrittensten Aspekt der Partei hervorhebt, anstatt sich auf tiefergehende oder ausgewogenere politische Diskussionen zu konzentrieren. Dies führt zu einer verzerrten Wahrnehmung und kann die öffentliche Meinung negativ beeinflussen. Bei Interesse lohnt es sich, sich das Video anzuschauen, um zu sehen, wie die AfD vertreten ist. Es ist wichtig, einen kritischen Blick zu haben und sich eine eigene Meinung zu bilden, anstatt sich nur auf sensationelle Schlagzeilen zu verlassen. Hinterlassen Sie Ihre Kommentare und beteiligen Sie sich an der Diskussion, denn es ist wichtig, diese Themen offen und fair zu diskutieren. Bis zum nächsten Mal!